Was ist die Menschheitsgeschichte? Wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut und der Meinung ist, dass eine Entwicklung stattfindet, also von den Urzeiten und sogenannten Naturgesellschaften bei uns, unserer hoch differenzierten Gesellschaft. Wenn man dieser Meinung ist, dann muss man mal anschauen, was treibt die Geschichte voran und wo gibt es Hürden im Rahmen dieser Entwicklungen. Und da ist ganz klar, dass es in der Geschichte Brüche gibt, wo eigentlich wirklich Neues beginnt, das zuneigt, das, was vorher war, als schlecht, als primitiv zu behaupten. Und es gibt aber sowas wie evolutionäre Entwicklungen, wo das eine aufs andere aufbaut. Was nun die Brüche anlangt und das ist das Interessante, da treten ja die Widersprüche auf, Revolutionen und ähnliches, die wollen mit ihrer Vergangenheit nichts zu tun haben. Nun kann man aber ziemlich gut nachweisen, dass jedes Gesellschaftskonzept, wenn es wirklich kraftvoll ist, im Grunde einseitig ist. Oder bestimmte Sachen ausschließt, die vorher wichtig waren. Und wenn das aber wirklich wichtig war, was vorher ist, dann ist die Frage, kann man das einfach so ausschließen oder wegstecken. Und die Erfahrung ist, dass wenn es etwas Wichtiges war, dann kommt subkutan wieder. Wo gibt es Widerstand? Nun gibt es grundsätzlichen Widerstand gegen Veränderungen. Denn wenn man sich einmal wo eingelebt hat, verlässt man das nicht so ohne weiteres. Das wissen wir als Gewohnheit. Und es gibt aber auch Widerstand im Sinn dessen, dass man sich überlegt, ja, aber wenn wir in diese Richtung gehen, verletzen wir wichtige Sachen, die uns bisher unsere Existenz erhalten haben. Und daher muss man beides identifizieren. Wo gibt es Widerstand als Gewohnheit, der eigentlich zu überwinden ist und nicht gleich auch. Und wo gibt es Widerstand derer, die etwas schützen wollen, was wichtig ist, auch für die zukünftige Existenz. Und diese beiden Seiten, auf Zugespitz gesagt, es gibt natürlich viel mehr. Aber diese beiden Seiten des Widerspruchs müssen sich selbst miteinander in Verbindung setzen. Das muss man organisieren in Prozessen, damit Verständnis gegenseitig erreicht wird und man schließlich auch weiß voneinander, warum muss man bestimmte Schritte ins Neue machen und warum sollte man das und jenes mitnehmen in diese Zukunft. So, wenn ich sie zufrieden, mitmaßt! Wenn ich sie zufrieden, dann pourra. So, ich bin jetzt noch nicht mehr, was ich nicht mehr. So, ich kann das, was ich vielmehr. So, ich kann das, was es nicht mehr so vielmehr bei dir, So, ich kann das jetzt nicht mehr so vielmehr bei uns, also, dass wir das. So, wenn ich zufrieden, dann will es mir anfassen. So, ich kann das. Aber jetzt muss ich für dich auch nicht mehr so vielmehr bei uns,